wir haben bei pepo der kräftigste von den rüden hat jetzt schon ein mordschädel sehr sehr kräftig schöne maske starke knochen schön spieltrieb eine aggression freundlich neugierig aber wie gesagt würden ja ein schöner koffer werden kriegt den mund nicht voll in drinnen noch in aber funktioniert nicht alles wird untersucht und an die code pepo pepo ach interessant das bewegt sich